Impfhalle von Litobs geht es darum, Bilder zu zeigen, die einen an verschiedene Dinge erinnern. Es sind alles so kleine Verweise, die symbolisch aufgeladen sind. Untertitelung des ZDF, 2020 Es ist vielleicht auch ganz gut, so einen Ort mal zu haben, der irgendwie nicht klar ausdefiniert ist. Hier gibt es halt keine Bedienungseinleitungen, auch keinen Zeitplan. Es ist offen. Amen. Amen. Amen.